Im Studiengang Maschinentechnik Innovation hier in Rapperswil versuchen wir den Studenten möglichst früh im Studium konkrete Aufgaben zu geben, dass sie das theoretisch erworbene Wissen auch in der Praxis umsetzen können. Im letzten Jahr hat sich durch zufall eine Kooperation mit der Firma MD ergeben, wo wir das erste Mal kleine Grills, also Wandergrills, konstruiert und gebaut haben. Weil sich das so gut bewährt hat, haben wir in diesem Jahr ein neues Objekt überlegt, das sind sogenannte Raketenöfen. Mega interessierte Leute waren, es waren sehr viele. Eigentlich sind alle am ersten Morgen gekommen und es hat wirklich mega Spass gemacht und ich freue mich jetzt auf das nächste Jahr mit ihm. Let's go! Okay. Okay. Cool! Okay. Now. Es war sehr toll. Wir konnten viel lernen aus dem Projekt. Blech bügen oder Schweissen haben wir sehr genau angeschaut, auch in den Vorlässungen. Von EMT hat man gehört, dass wir vorgehen müssen, was wir beachten müssen. Und dann haben wir versucht, das so gut umzusetzen. Ob wir überhaupt Blechsachen zeichnen können und schauen, wie das entwickelt wird und zusammenstellen. Ein Rückenmikball ist gleich, was greifbar ist, was man in der Hand hat und was man am Schluss die Freude haben kann.